Ich kann Kupfer nicht mitnehmen. Kupfer, Kupfer. Was ist das hier eigentlich? Achso, das ist diese Saphir. Ah ja, okay. Ah gut, hier gehst du wieder raus, dann geh ich mal in die andere Richtung. Ich hab das übersehen. Echt, was denn? Jetzt ist wieder Nacht, ernsthaft? Ja. What? Kann gut sein. Ich weiß ja nicht, wo du bist, aber meine Höhle ist leer. Echt? Meine ist noch komplett voll. Ich bin vielleicht erst 5 Meter gegangen oder so. Ich bin einfach gegenüber übers Wasser und dann da rein. Achso. Ah, ich komme. Und ich riesig. Ach da, meinst du da gestanden? Ich kann dieses Kupfer nicht aufnehmen. So steigst du aber auch nicht runter. Guck mal, hier runterfloppt, dass du das Kupfer hier mitnehmen kannst. Nicht Sand? Mhm. Soll ich die Erde? Einfach alles, damit da irgendwas liegt. Kannst du es aufnehmen? Hab ich doch schon lange. Achso. Wie voll der Packesel hier bin, ey. Ich kriege aber echt die ersten Backpacks, ne? Schon bewusst. Dass wir da eins bauen können, oder was? Wenn wir eins machen. Und das erste Backpack meins. Warum? Weil ich halt der Packesel bin, weil ich hier alles rumtrag. Ja, wenn ich halt voll bin. Ja, pfff. Mein Problem. Muss aussortieren. Aha, fertig. Pfff. Nein. Zombie. Oh. Ich kann doch auch Kohle erbauen. Ja, okay, wir können uns ja beide gleichzeitig eins machen. Näh! Oh! Oh, man. Ganz ehrlich, ich glaube, nach der Tour müssen wir nach Hause. Ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich gleich schon nach Hause. Denn bei mir wird der Platz langsam auch eng. Mooooooonn. Ich glaube, dann werden unsere Öfen erstmal fett auf Hochtouren laufen. Ja. Wie viel haben wir denn über... Crabble, Crabble, Crabble. Sagen wir mal erstmal genug. Wie viel haben wir denn? Was? Öfen. Ähm, wir dürften... Eins, zwei, drei... Acht. Acht oder... Doch, ich glaube, wir haben acht Öfen. Acht oder neun Öfen. Die werden zwar nicht reichen, aber egal. Bei dir bist du ernsthaft an Tin vorbeigelaufen? Ich bin hier oben noch ein paar an Kohle. Also. Wie viel... Achso, du bist ja gestorben. Ich wollte dich mal fragen, welches Level bist du denn? Ich hatte 26. Jetzt habe ich nur noch sechs. Oh. Natürlich. Scheiße. Das ist negativ. Negativ? Negativ. Was ich wie Jonas jetzt sagen würde. Das wäre negativ. Ich kann keine gute mehr aufnehmen. Also nicht Amel, nicht Amel, nicht Amel, sondern... Der Schwule, ja, ja. Der quer. Hehehehe. Oh Gott, da kommt da oben jetzt noch heute mit der Höhle. Weißt du, ob es sich lohnt, einen Peri... Peri-Dot mitzunehmen? Eine Schaufel, ja. War mich Peri-Dot gut, oder? Oh Gott. Ich habe eine Peri-Dot-Spitzhacke. Ah, okay, mit der habe ich ein bisschen rumgehackt. Die ist gut, okay, okay. Alter, baust du das eine weg, kommt das andere. Oh Gott, hier ist alles voll am eskalieren, Alter. Ah, das ist gelöst. Cool. Folge einfach dem Licht. Warte, was hast du gesagt, was wir brauchen? Aluminium, nee, was hast du gesagt? Auch ein Silber. Silber kannst du nur herstellen. Silber kann man aber nur herstellen. Echt wie? Oh Gott, wie war das nun mal? Oh Gott, ich kann nicht nur aufsagen, weil ich... Den Scheiß-Regime hinterher habe, den Scheiß-Regime hinterher habe und... Nein, den Scheiß-Regime hinterher habe. Oh Gott, wie war das jetzt noch mal? Ähm... Silberfisch, da auch nicht wie kein Silberfisch, da ist Silberengelt. Hä, das ist jetzt auch ins Ohr? Warum hab ich das noch nicht gefunden? Wahrscheinlich ist das tiefer unten oder so. Ja. Nur größer. Weißt du, wie Diamanten oder so? Vielleicht. Ja. Werden ist ja siehend. Schießt ein Skelett auf mich. Hau! Wie wär's denn, wenn wir mal eine Mining-Turtle oder sowas machen? Ah, wir haben ja keine Diamanten-Scheiß. Ich brauche einen Diamanten. Ich möchte mal Strip-Mine. Da kann man dann zuhause machen. Ich weiß nicht, ob wir das offline machen sollen. Nein. Alles in der Aufnahme. Das tut meine ich ja schon langweilig. Und, da kannst du dir irgendwas anderes sprechen oder so? Ja, wenn du was hast. Ah. Da musst du uns ja irgendwas einfallen lassen, ne? Alter, hier ist es... Kann ich so über Gott und die Welt reden? Ich hasse Gott. Hahaha. Nicht nur du. Wäre Gott auch, oder? Klar, er hasse dich selbst, oder? Ja. Wäre nicht. Hahaha. Alter, hier unten. Ich bin jetzt... Ich bin auf Lava-Höße, langsam. Nein. Was... Wetzt dann brauchen wir hier auch, gell? Ja. Sehr viel sogar. Ich brauche sehr viel, relativ viel. Ich habe keinen Bock mehr Kohle abzubauen. Ich baue jetzt keine Kohle mehr ab. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Kohle stinkt. Was war das jetzt? Ich bin ganz viele Zombies. Das ist nicht mein Problem. Was ist das da? Habe ich... Ich glaube, ich habe Silber. Äh... Meine Parade hat schon gesagt, ist ein Arschgeil. Hi, Juli. Bist du da? Na, hab ich gerade eben gehört. Was für die Creepern, die du vorgegangen ist. Ja. Ich bin nicht unten. Fuck. Ausleuchten. Ausleuchten. Ich bin auf 21, das ist immer noch zu hoch. Ich glaube, ich buddel mich jetzt einfach mal straight nach unten. Ah! Oh Gott. Was denn? Der macht mir halt keinen Schaden, weil ich da vorweg gehe. Was ist das? Was ist das? Was ist das denn? Hier hin? Was? Ah, ist Kuppa. Kuppa. Das ist neue Worte. Das guck mal, ich bin direkt unter dir. Was? Da geht es irgendwo ein Gang nach unten. ich habe es nicht haben wir es ich habe nur das geil jetzt von allen schluchten keine riss doch im riss immer eine schlucht aber kein riss natürlich was habe ich denn hier ich habe quantum ohr was bauen das konnten konnte auch kannst mit Quantenphysik umher machen und gottes nehmen wir nicht mit zu produziert was ist das was ist das was ist das Aluminium äh ich finde mich zu dir okay pass auf ich komm's runter ich hab's gefunden wohl wie geht's immer nach unten what the fuck okay okay komm mal zu mir komm mal zu mir komm mal zu mir da ist ein fackeln da ist ein fackeln da ist ein fackeln ja hier hier komm mal zu mir jetzt habe ich Angst warte hier ist noch was was ist ein lead ore lead ore brauchen wir kabel ha silver 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 ja nice ich kann jetzt aber alles nicht mehr mit warte 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 ähm okay ich kann jetzt jetzt was hab ich denn mitgenommen lead ore ähm lead ore habe ich jetzt mitgenommen ich kann uns der kabel da lassen okay ähm ja meinst du das da was das da äh nee das meinte ich nicht komm mal mit das hier meinte ich das hier ja ja komm mal hierher aber das da meinte ich alter ja wie geil schaut das denn bitte aus und du